In diesem Video schauen wir uns jetzt ganz kurz an, was sind Kryptowährungen. Bevor du in diesen Krypto-Crash-Kurs hineingehst, machen wir kurz das Allgemeinwissen, möchte ich da mit am Weg geben. Ich werde gar nicht so viel ins Technische hineingehen, dass wir sagen, okay, diese Blockchain und, und, und. Ich werde es kurz am Rande erwähnen, ein bisschen was zu erklären. Aber im Detail werde ich es nicht erklären, weil das wäre zu langweilig. Ich möchte dir jetzt mit am Weg geben, was sind Kryptowährungen. Ich drehe kurz mein Mikrofon ein bisschen besser zu mir, dass ihr auch besser versteht. Okay, genau, was sind Kryptowährungen und ja, einfach so ein bisschen rundum Allgemeinwissen rund um die Kryptowährungen. Ich habe da auch ein sehr, sehr gutes Bild vorbereitet, dann was wir auf meinem Screen Monitoring durchgehen und sich das dann gemeinsam anschauen. Beginnen wir ganz simpel mal nebenbei erwähnen. Das ist auch für Fortgeschrittene natürlich etwas, weil ein paar Randinfos werden kommen, die nicht uninteressant auch für fortgeschrittene Leute sind. Genau, beginnen wir ganz simpel. Woher kommt das Wort Kryptowährungen? Das ist einfach aus dem Griechischen, heißt so etwas wie geheim, verborgen, versteckt, wie auch immer. Also es kommt das Wort Krypto aus dem Griechischen, ist so etwas wie Sicherheit auf die Art. Daher kommt auch der Name Kryptowährung. So eine kleine Randinformation vielleicht, weil es wird eigentlich so ganz plausibel publiziert, dieses Wort Kryptowährung und und und. Aber jetzt weißt du im Hintergrund, warum heißt das Kryptowährung? Ich habe hier ein paar so Spickzettel, aber ich werde gar nicht alles nehmen, weil es zu viel Technisches. Machen wir einfach mal so weiter, was mir jetzt so aus dem Kopf kommt. Bitcoin kamen ja, Bitcoin war die erste Kryptowährung, die es gibt und die wurde 2009 am Markt gebracht von Satoshi Nakamoto. Das ist ja eigentlich ein Fabelwesen, eigentlich. Dazu bringe ich aber noch ein sehr, sehr interessantes Video raus, weil es eine Person gibt, die meint, er ist Satoshi Nakamoto. Und er ist der berühmt-berüchtigte Erfinder dieser Kryptowährung. Würde dann zu den reichsten Menschen der Welt auch zählen und und und. Aber das können wir dann noch im Detail in anderen Videos darauf eingehen. Er hat das 2009 rausgebracht, angeblich wurde es 2007 begonnen zu schreiben. Das war genau in dieser Zeit der Finanzkrise, 2007, 2008, ja, soll er dem Bitcoin diesen Code geschrieben haben und hat das dann eben 2009 veröffentlicht. Und das vielleicht auch noch so eine kleine Funfact-Info. Der Bitcoin bekam seinen ersten Wert, weil damit Pizza, ich glaube ein oder zwei Stück an Pizzen gekauft wurden. Und dafür wurden damals das erste Mal in Bitcoins bezahlt und dadurch wurde auch der Wert, also es wurden 10.000 Bitcoins gegen ein oder zwei Pizzen getauscht. Wir machen ja bei den Euro auch nichts, das ist ja auch nur ein Tauschgeschäft. Und dadurch kam der erste Wert für die Bitcoins. Also diese Pizzen, wenn die 20 Dollar gekostet haben, kann man sich dann ausrechnen bei 10.000 Bitcoins, was war ein Bitcoin damals wert. Das ist eben so ein bisschen interessant. Dann, genau, Bitcoins bzw. Kryptowährungen existieren auf einem speziellen Netzwerk, das nennt sich die Blockchain. Das ist ein mega abgesichertes Netzwerk, wo kein, also da kann niemand etwas manipulieren oder sonst irgendetwas. Ein Computer, der das eventuell könnte, der existiert noch lang nicht. Aber auf jeden Fall ist das eben ein sicheres Netzwerk, wo die Kryptowährungen existiert, erzeugt werden, wo einfach unser ganzes Netzwerk ist. Dieses Netzwerk besteht ja gleich aus allen Leuten, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Es gibt dann aktive und passive Teilnehmer, was die Kryptowährungen angeht. Das ist auch ein sehr guter Beispieleffekt. Es gibt die passiven Teilnehmer, sind zum Beispiel wir. Das bist du, das bin ich und das sind viele andere. Wir sind die Personen, wir kaufen nur Kryptowährungen, halten sie oder führen damit Tauschgeschäfte aus. Das heißt, wir kaufen uns etwas darum oder wir tauschen uns gegen andere Kryptowährungen bezüglich Kaufen. Das kommen wir dann später auch noch dazu. Du kannst mittlerweile schon überall, fast eigentlich überall mit Kryptowährungen bezahlen. Wie das funktioniert, kommt auch noch ein eigenes Video in diesen Kryptowährung. Also unbedingt alle Videos durchschauen, da ist wirklich sehr viel Interessantes dabei. Genau, da sind wir passiven Teilnehmer. Wir nehmen das. Dann gibt es die aktiven Teilnehmer. Das sind die Personen, die die Kryptowährungen erzeugen. Das kannst du dir so vorstellen. Die haben einen Haufen Rechner und produzieren im Prinzip, weil sie sehr, sehr komplizierte Rechenaufgaben lösen. Produzieren sie Ethereum, produzieren sie Bitcoins, auf jeden Fall diese Kryptowährungen und bekommen diese dann. Und dies sind eigentlich die Leute, die das an uns ausgeben. Die verdienen damit ihr Geld, dass sie sie erzeugen. Haben halt den Stromverbrauch plus die Grafikarten, die Computer, was sie halt alles brauchen, um das zu erzeugen. Und verkaufen dann gewinnbringend die Kryptowährungen, die sie halt gemeint haben. Das versteht man unter Mining. Viele Mining wissen nicht, was das ist. Ist einfach die Computer, die diese Rechenaufgaben lösen, damit einfach eine neue Kryptowährung oder ein neuer Coin, wie ein Bitcoin oder ein Ethereum oder ähnliches erzeugt werden. Dann nebenbei, es gibt halt für Kryptos, kann man, jeder kann ja ein Coin bzw. ein Token, da gibt es einen Unterschied, auch das kommt später noch in einem meiner Videos auf meinem Kanal, kann selbst eine Kryptowährung erzeugen. Und das Geniale ist halt, und da kommen wir auch jetzt zu dem Thema, was ist eine Kryptowährung, zurück. Es ist ja immer begrenzt. Eine Kryptowährung ist ja begrenzt auf eine gewisse Stückzahl. Die kann jeder festlegen, der eine Kryptowährung herausbringt. Bei Bitcoin sind es glaube ich 21 Millionen Stück, die nur rausgebracht werden. Man kann sich dann, wenn natürlich alle fertig erzeugt wurden, kann man sich ja natürlich selbst ausrechnen, was werden die wahrscheinlich für einen Wert haben, wenn man bedenkt, wie viele Millionäre gibt es auf der Welt und jeder möchte vielleicht ein Stück an Bitcoin haben. Wird halt sehr schwierig werden, weil es gibt auch sehr viele private Nutzer, die Bitcoins halten und und und. Der nächste Punkt wäre jetzt noch, wie sicher sind Kryptowährungen? Das ist sehr, sehr oft die Frage. Sie sind sehr, sehr sicher. Viel sicherer als das Geld auf einer Bank oder sonst noch irgendwo, kann man so sagen. Kommen wir auch gleich dann eben dazu, weil sie sind in diesem Netzwerk, in dieser Blockchain. Eine Blockchain, das kannst du dir vorstellen, ganz kurz jetzt dieses technische Teil. Es wird ein Block erzeugt. Es ist ein Netzwerk aus sehr, sehr vielen Computern. Wir alle User sind eigentlich damit vernetzt. Und ein Block wird erzeugt mit dieser Rechenaufgabe und und und. Da werden aber auch in diesem Netzwerk, das kommen wir dann eben noch einmal im Detail dazu, beim Bild dann, werden eigentlich alle Daten so gespeichert. Aber es wird dann nach dem Block, sagen wir, der endet mit Zahl 1 und dann beginnt der nächste mit Zahl 1 und der endet mit 2. Und dieses 1 und 1, das kann man nicht mehr trennen. Das ist unverfälschbar. Das bleibt immer so und das wird immer so gespeichert werden. Und eine Blockchain kann man nicht nur für Kryptowährungen nehmen, sondern die wird auch für viele andere Sachen mittlerweile schon darauf gespeichert, was einfach immer nachvollziehbar und abgespeichert werden soll. Und so werden halt die Blocks auch weiter erzeugt. Aber schau vielleicht in ein Video in YouTube, um dir das, wenn dich das technischer interessiert, wirklich im Detail, was ist deine Blockchain, wie funktioniert das? Gibt super geile Videos mit Grafiken erklärt und ähnliches. Genau, auf der Blockchain auf jeden Fall, dass du das weißt. Da ist es so, dass von jedem User die Geldmengen, die Transaktionen der einzelnen Teilnehmer, das Guthaben zum Beispiel, das ist alles darauf gespeichert, nachvollziehbar. Aber keine Angst, es sind keine persönlichen Daten. Das ist alles nur eine Wallet. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Eine Wallet ist eigentlich so die Geldbörse, wo das oben liegt. Der Bitcoin oder was auch immer. Kannst du dir, das Geldbörse klingt immer so komisch, weil es ist ja total digital und diese Wallet kannst du dir vorstellen wie ein Bankkonto. Du hast eine Bankkontonummer, da liegt dein Geld drauf. Da kannst du es hin und her beweisen. Oder du weißt es an eine andere Bankkontonummer, weil du eine Zahlung tätigst. Und bei Bitcoin und Co. ist es nicht anders, außer dass du eine Kontonummer hast sozusagen, ist die Wallet-ID und dein Gegenüber hat auch eine Wallet-ID und so funktioniert das eigentlich. Es wird immer zu viel zu kompliziert besprochen. Es ist aber super einfach, wenn man es genau nimmt. Genau. Und ja, es ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, fast manipulationssicher. Also es wird nie was zu 100% sein. Aber, und da schwenken wir jetzt gleich um und schauen auf meine Screen Monitoring und gehen wir da einfach den Unterschied jetzt ganz kurz ein von Kryptowährungen, in diesem Fall halt Bitcoins, aber es ist bei allen Kryptowährungen sehr ähnlich, im Gegensatz zu Euros und Dollars. was ich im Fiat-Geld ja im Fachjargon nennt, so auf die Art, und schauen wir die Vorteile und Nachteile an. Und dann gehen wir auch noch einmal ein bisschen um das andere sein. Ich wechsle jetzt kurz auf meine Bildschirmaufnahme. So, und da siehst du jetzt und hier ein großer Shootout an Bitpanda, die haben dieses Bild erzeugt. Bei Bitpanda, da kommen wir später auch noch dazu, kannst du einen ganzen Kryptowährungskurs machen, um dein Wissen, was Kryptowährungen angeht, auf ein anderes Level nochmal heben, ja. In dem Link habe ich dir einen Bitpanda, in der Videobeschreibung einen Bitpanda-Link angefügt. Wenn du dich über mich anmeldest und auch deine erste Einzahlung tätigst, bekommst du 10 Euro und ich 10 Euro. Solltest du dich nicht über den Link anmelden, bekommt keiner 10 Euro. Deswegen ist halt natürlich deine Entscheidung, was du machst, und wo du mehr Vorteil siehst. Ich würde für den Beispiel, dass wir beide 10 Euro bekommen, sagen, dass das vom Vorteil wäre. Aber bleiben wir jetzt einmal der Unterschied. Ganz kurz noch und dann ist jetzt Video das erste eben für den Kurs auch schon zu Ende. Genau. Wie wird der Bitcoin ausgegeben? Und da sind wir durch die Datenverarbeitung, ja, durch die ganzen Leute, was eigentlich ein Netzwerk, und da sind aber kein Netzwerk, was einzelne oder was kontrolliert wird, sondern dieses Netzwerk besteht eigentlich aus den ganzen Minern und Usern, ja. Da kann niemand ohne den anderen etwas entscheiden, so zu sagen, es ist natürlich nicht so, dass jeder bestätigen muss, aber voll automatisiert, dass eigentlich alle daran arbeiten und diese Bitcoins und Co. erzeugen. Und diese dann eben ausgeben, ja. Das ist das, was ich vorher erklärt habe. Also die geben die aus und verkaufen sie uns passive Nutzer. Das sind die aktiven Nutzer sozusagen. Beim Fiat-Geld, ja, Euros, Dollar und so, wird das eben von der Regierung ausgegeben. Das heißt, die geben das aus und das kontrolliert und gesteuert, wird das eigentlich von der Zentralbank. Und im Netzwerk von Bitcoin, ja, oder anderen Kryptowährungen, in der Blockchain, ist das das Mehrheitsprinzip, ja. Das heißt, das Netzwerk ist dafür zuständig. Da gibt es nicht eine einzelne Person, die das entscheidet, was hier zu tun ist oder wie viel Geld ausgegeben wird, so wie es eben beim Fiat-Geld ist, sondern das ist immer einfach das gesamte Netzwerk, was das macht. Der große Vorteil ist, und das ist halt dieser Ding von der Inflation, die Zentralbank, die kann halt Geld drucken und ausgeben, so viel sie möchte. Und wenn wir kurz die Inflation ansprechen, für die, die es nicht wissen, wenn du jetzt 1.000 Euro in 2021 hast, oder sagen wir 100 Euro, dann werden das nun mal noch 97 Euro Ende 2022 sein, weil wir haben durchschnittlich 3% Inflation. Inflation heißt, es wird mehr Geld auf den Markt geschwemmt und deine Kaufkraft, obwohl die Summe von 100 Euro gleich sind, sind aber eigentlich nur noch 97 Euro Kaufkraft. Das hast du hier nicht, weil es gibt diese begrenzte Anzahl an Bitcoins und anderen Kryptowährungen, was den Vorteil hat, dass der Wert eher steigt als fällt. Und der echte Wert eines Euros oder Dollars fällt ja von der Kaufkraft. Der nächste große Punkt ist, Abwicklungen zwischen zwei Usern funktioniert direkt, ohne Vermittlung, ohne irgendetwas. Beim Fiat-Geld ist es ja so, dass du von deiner Bank sagst, hey, ich überweise das und es ist immer irgendeine Bank. Und auch wenn beide in derselben Bank sind, es wird halt zentral gesteuert, beziehungsweise ist immer die Bank dazwischen, die ein Auge darauf hat. Kann natürlich auch von Nachteil sein, weil wenn zum Beispiel du jetzt sagst, okay, du hast hier, keine Ahnung, 10 Millionen von irgendjemanden bekommen und der weiß dir das, schaltet sich mal die Bank an und sagt, warum eigentlich 10 Millionen? Weißen sie das? Machen sie das so und so. Soll jetzt nicht sein, dass man irgendwie Schwarzgeld oder Ähnliches macht, aber es ist halt immer ein Institut dazwischen, was bei Kryptowährungen nicht ist. Das ist eben einmal das. Zudem, und das kommen wir, sind natürlich auch andere Kosten, vorhanden als die Direktinger, weil, und da kommen wir natürlich zum nächsten Punkt, Transaktionen dauern abhängig von der Netzwerksgeschwindigkeit ein paar Minuten bei Bitcoin und Co. Das heißt, ein paar Minuten ist das Geld überwiesen. Bei Banken, wenn internationale Transaktionen gemacht werden, sind zwei, drei Banken vielleicht dazwischen, kosten natürlich auch regelmäßig viel mehr Gebühren und der Nachteil daran ist halt, dass es auch viel länger dauert. Wenn eine internationale Überweisung, reicht schon von Deutschland nach Österreich, Österreich-Deutschland dauert in etwa zwei, drei Tage, können wir hier in zwei Minuten abregeln zum Beispiel. Und dann ist es eben auch so, eine Transaktion, das kann man als Vorteil oder Nachteil sehen, aber du solltest ja wissen, wohin du dein Geld überweist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden bei Bitcoins, was aber natürlich bei den Fiat-Währungen schon der Fall ist. Und das ist halt der große Unterschied. Auf jeden Fall, du siehst hier die Vorteile, dass hier niemand dazwischen ist. Du hast keine Regierung, keine Zentralbanken, keine normalen Banken, die Geschwindigkeit ist anders, die Gebühren sind niedriger und der Wert wird einfach inflationstechnisch, was hier immer weniger wird, wird da immer mehr. Solltest du die Inflation nicht kennen, google das kurz mal nach, auch die durchschnittliche Inflation, die sind drei Prozent pro Jahr. Rechne dir aus, du hast 100.000 Euro und lass diese auf der Bank liegen, wie viel das von der Inflation weniger wird, wenn du das zehn Jahre liegen lässt. Das ist dann schon ein bisschen was, was du dann eigentlich nur noch an Kaufkraft hast, was nicht mehr, ich schwenke jetzt wieder um auf meiner Kamera, was dann nicht mehr wirklich so vom Vorteil ist, weil man denkt, man hat viel Geld auf der Bank, aber die Kaufkraft ist eigentlich weniger, auch wenn der Wert gleich ist. Was wollt ihr mit am Weg geben? Das jetzt noch kurz eben zu den Kryptowährungen. Das war es aber jetzt auch schon. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das likest, kommentierst, vielleicht teilst mit jemandem, der nicht weiß, wie es ist mit den Kryptowährungen, der vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung haben will. So super simpler, ohne Fachjargon, ohne sonst irgendwas. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Crypto Cash Kurs. Da habe ich wirklich einige interessante Videos dabei, die dir weiterhelfen würden, das ganze Krypto Thema zu verstehen. Unter anderem, wie man Sparpläne, wo man sich anmeldet, also die verschiedenen Märkte, wann steigt man ein, wann kauft man, wann soll man gar nicht kaufen. Also wirklich mega. Habe ich aber, glaube ich, eh schon im vorigen Video gesagt. Ich freue mich, dass du super zuschaust und auch die nächsten Videos hoffentlich weiterschaust. Bis zum nächsten Video.